Was ist ein Plexus-Tumor? Der Plexus-Coroidois ist ein Gewebe im Gehirn und für die Produktion der Gehirnwirbelsäule verantwortlich. Diese Flüssigkeit strömt durch die vier Ventrikel, um im Gewebe des zentralen Nervensystems absorbiert zu werden. Ein Tumor des Plexus-Coroidois ist eine Art von Herntumor, der auftritt, wenn abnormale Zellen unkontrolliert im Plexus-Coroidois wachsen. Diese Tumoren können je nach Typ gutartig oder bösartig sein. Choroid-Plexus-Papilloma und Choroid-Plexus-Carcinoma sind die beiden Haupttypen von Choroid-Plexus-Tumoren. Ein Choroid-Plexus-Papillom ist eine der ersten Hauptklassifikationen eines Choroid-Plexus-Tumors. Diese Art von Tumor ist gutartig. Sie wachsen viel langsamer als Krebs-Tumore und betreffen Kinder, die jünger als zwei Jahre sind. Der Tumor wächst im Ventrikel und blockiert schließlich den Fluss der Cerebrospinal-Flüssigkeit. Während die Flüssigkeitsreduktion das zentrale Nervensystem beeinflusst, kann die Blockade auch einen gefährlichen Hirndruck verursachen, den sogenannten Hydrocerphalus. Das Plexus-Carcinom bezeichnet die Klassifizierung eines bösartigen Plexus-Tumors. Diese Krebs-Tumoren wachsen und breiten sich schnell aus. Der Tumor wächst im umgebenden Gewebe und Krebszellen können durch die Gehirnwirbelsäule in andere Bereiche des Körpers wandern, wo sie außerhalb des Gehirns neues Wachstum erzeugen können. Bei diesen Tumoren kann es häufig zu Hydrocerphalus kommen, insbesondere wenn der Fluss der Wirbelsäule behindert ist. Choroid-Plexus-Carcinoma betrifft im Allgemeinen jüngere Kinder, kann jedoch in jedem Alter auftreten. Wenn er nicht behandelt wird, kann ein Tumor des Plexus-Coroidus tödlich sein? In den meisten Fällen kann dieser Tumor jedoch erfolgreich entfernt werden. Das Choroid-Plexus-Papilloma breitet sich nicht von seiner ursprünglichen Stelle aus aus, aber da sich das Choroid-Plexus-Carcinoma ausbreitet, muss ein Arzt auch nach möglichen sekundären Tumoren suchen. Die chirurgische Entfernung eines gutartigen Tumor des Plexus-Coroidus ist am erfolgreichsten und führt zu einer hohen Überlebensrate der Patienten. Bei bösartigen Tumoren, insbesondere bei sekundären Tumoren, funktioniert die chirurgische Entfernung nicht von alleine. Tumore können nachwachsen. In diesen Fällen werden Chemotherapie oder Strahlentherapie, manchmal beides, angewendet, um abnormale Zellen abzutöten und neues Wachstum zu verhindern. Wenn die Patienten infolge eines Tumors einen Hydrocephalus haben, kann ein Schand verwendet werden, damit die Cerebrospinalflüssigkeit richtig fließen kann, während der Patient behandelt und oder operiert wird.